Rings um die Schweiz war Weltkrieg. Meine Mutter nahm mich mit zum Güterbahnhof, um ein Flüchtlingskind auszusuchen. Sie waren immer die Dinge, die mich interessierten, die mich geholfen haben. Diese Relation zwischen mir und dem Rest des Mondes, die in den Filmen erzählen, war für mich auch die Basis ein Dialog mit dem Publikum. Du bist der Grund, warum ich mich auf diese Reise mache, um zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen will. Das Festival für die Humanität ist wichtig, insbesondere in diesen Tagen, in denen viele Politiker versuchen zu machen, zu reden, zu reden über die Humanität. Die Frauen sagen, dass die Schweizer Reise sind größer als die Humanität. Das heißt, sie wollen aus der Humanität, weil man schon gesehen ist, dass es eine dumm. Okay, das war. Das ist die größte Weltkrieg. Für die wollten, weil die Menschen das Leistung haben können, die Menschen in der Welt ist bzw. die Weltkrieg. Das ist die indukstwikste Wahrscheinlichkeit. Das ist die Weltkrieg. Wir müssen nicht mit anderen arbeiten, weil wir bereits wissen, wie es tun. Wir sind die größten. Natürlich ist das Ziel, dass wir nicht mit anderen arbeiten, sondern das Ziel, dass die Schweiz ein Laboratorium von Beziehung ist. Quattro lingue, zwei Confessionen oder mehr. Wir waren auch mit dem Orgoglio dabei, zu sein. Es wäre ein Laboratorium, das man in Europa und in Europa könnte. Wir könnten dieses Orgoglio nutzen, um zu arbeiten. Ich wollte es nicht glauben. Kinder waren verboten. Wir wohnen unter den gleichen Sternen. Aber siehst du, Markus, du bist immer noch auf der anderen Seite. Mir mancherai, Marco Dino. Herzliche Grösse, Giovanna.